Wo willst du denn hinkuscheln? Kuschibärchen. Kuschibärchen. Emi, ist noch gar keine Zeit zum Balzen. Ne, sind noch viel zu früh, glaube ich mal so. Ist noch gar kein Frühling draußen. Ist bei Emi schon Frühling? Schmuzi, Schmuzi Mats. Oh, Schmuzi Mats. Oh, wie ein Schmuzi Mats. Schmuzi Matsi, Emi Bär. Ein Zeh Schmuzi Matsi. Schmuzi Matsi, Emi Bär. Süße Kuschelmaus. Knacki, knacki, knacki. Oh, 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 ja, war die Kuschelzeit vorbei. Hier wird gehackt. Hm, die Emi Kuschis. Hm, du Rübi. Weißt du, wie mein Rübi? Erzähl mal. Hm, Kuschis. Nochmal Schmuzi? Hm, noch mal Schmuzi? Ist immer so schwer, sich zu entscheiden, ne? Was will man denn? Alles auf einmal am besten. Alles auf einmal will ich mir immer. Na, Kuschi? Hm, grüßt du noch ein Kuschis? Hm, grüßt du noch ein Kuschis? Ja. Du kleine Zappelmaus. Hm, hat viele Schämi-Bauchi-Kuschis? Ja, ganz viele. Oh, die kleine Dicke Maus. Tupi, tupi, tupi. Wupsi. Kletterbär? Okay, dann setz dich da oben hin. Lissauy, Wion Bär consciousness. Man kommt Fakt?